Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Stefan, hast du dich mit Ketchup geschminkt oder warum bist du so rot im Gesicht? Schon, Brand. Guck mal, mein Nacken, den hat's noch schlimmer erwischt. Oh je, einen Tropfen Bier drauf und die Schwarte springt. In der Stadt bleiben hinter mir schon Menschen stehen und warten auf Grün. Krass. Krass. Einmal die 4 und die Aftersun Lotion. Ach du Scheiße. Finden Sie, dass mein Sonnenbrand arg auffällt? Guck mal, Stefan, der Huber kann sprechen. Was? Momentchen mal bitte, Stefan, weißt du, welchen Sonnenschutz ich am Wochenende benutzt hab? Nee. Couch. Ach, deshalb hat der weiße Riese angerufen. Hä? Er will seine Arme zurück. Wow. Also ein weißes T-Shirt hat übrigens einen LSF. Hä? Lichtschutzfaktor. Also ein weißes T-Shirt hat einen LSF von 5, ein schwarzes dagegen einen LSF von 15. Ich empfehle zum Einschmieren ja Nutella, das hat Lichtschutzfaktor 100. Den Rest des Sommers verbringe ich lieber in Ankes-Tanke. Weil du hier so gute Tipps bekommst? Nee, in Ankes-Tanke Kunde zu sein hat jede Menge Schattenseiten. Ach, nach 4.412 Euro sammeln Sie Nivea-Sun-Punkte, haben Sie eine Tiroler Nuss-Öl-Card oder sind Sie im Claudia-Rot-Club? Nein. Dann Tanke-Schön. Bitteschön. Ankes-Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.